Er hat sich das Ohr abgeschnitten, weil er sich mit einem Kollegen gestritten hat. Kann man machen, wenn man keine Argumente mehr hat. Kann man zweimal machen. Ja, damals gab es noch keine Bücher. Wie kommuniziere ich, wie schlicht ich streite. Du hast Pief, schneid dir das Ohr ab, der Typ hält die Fresse.